Akten über Akten, Bürokratie über Bürokratie, im Englischen Red Tape genannt, das rote Band, was einen einschnürt, die Bürokratie, die einen fesselt. Wir wollen eure Red Tape Horror Stories hören, wir wollen wissen, wo euch die Bürokratie hindert. Erzählt sie uns bei Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail an naw.freiheit.org und besucht unsere Veranstaltung in Düsseldorf und Köln, wo wir gemeinsam nach Lösungen Best Practice Fällen suchen werden, um dem roten Band, dem Red Tape, zu entkommen.